Ob ihr wandern oder fahren wollt oder beides, die Klimm Outlander Gore-Tex Stiefel geben euch das Beste aus beiden Welten. Ich bin Sebastian von Champion Helmets und die Klimm Outlander Gore-Tex Stiefel liegen ganz vorne im Sortiment von Klimms Adventure Motorradstiefeln und liegen näher beim Adventure fahren auf der Straße als Offroad, sind aber ideal, wenn ihr auf ein Abenteuer mit und ohne eurem Motorrad gehen wollt und dabei auch noch wandern möchtet. Ein kleiner Rat, wenn ihr wirklich Offroad fahren und nicht zu sehr herumlaufen wollt, dann seid ihr mit robusteren Adventure Stiefeln wie zum Beispiel den CD Adventure 2 Gore-Tex besser dran. Wie auch immer, ihr könnt schon sehen, da die Stiefel wie ein Wanderstiefel aussehen, reichen sie nur bis über den Knöchel. Nichtsdestotrotz bekommt ihr sehr viel Schutz und Komfort, da der Stiefel D3O Armierung und zusätzlich ein Bohrverschlusssystem und die Nesfit Technologie verwendet. Das kommt aber mit einem Preis, und zwar von etwa 320 Euro oder 350 US-Dollar. Auch wenn ihr einen kleineren Stiefel bekommt, liegt er dicht auf mit dem CD Adventure 2 Gore-Tex und Alpine Stars Tukan Gore-Tex Stiefeln. Nur eine kurze Erinnerung, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, wo wir Reviews zu neuesten Ausrüstungen und Guides zu einer Vielzahl an Themen anbieten. Zum Material, die Klim Outlander Gore-Tex Stiefel sind aus einer Mischung aus Leder und Textil für Abriebfestigkeit und Temperaturregulierung gefertigt. An den Zehen gibt es Wildledereinsätze aus Nubuk, die dem restlichen Stiefel seine Struktur verleihen. Zwischen diesen Bereichen habt ihr Stoffeinsätze, die dabei helfen, den Schuh kühl zu halten im Sommer. Die Gummisohle ist robust und dick und hat ein unterschiedliches Profil, was man von einem Wanderschuh erwartet. An den Zehen gibt es zusätzliche Gummibeschichtung, da hier das Material stärker beansprucht wird. Klim Outlander Gore-Tex Stiefel wiegen etwa 700 Gramm. Für den Schutz bieten die Klim Outlander GTX immer noch mehr als die meisten Freizeitstiefel, aber weniger als ein kompletter Adventure-Stiefel. An der Zunge und dem Knöchel habt ihr D3O-Protektoren, was großartig ist, während die Zehen und die Ferse zusätzliche Verstärkung erhalten haben. Ein Nachteil der armierten Zunge ist aber, dass sie relativ steif ist, abhängig davon, wie gut der Stiefel passt. Zuletzt haben sie eine große Reflexionsfläche an der Rückseite, um etwas flexibler zu sein. Zuletzt zum Komfort der Stiefel. Die Stiefel verwenden ein Bohrverschlusssystem, um den Stiefel leicht und schnell an- und ausziehen zu können. Alles, was ihr machen müsst, ist das Drehrad zu drücken und zu drehen. Es bleibt dank eines Mikroratschensystems im Inneren geschlossen. Auf diese Weise habt ihr eine leichte und haltbare Schnürung, die sich auch nicht beim Fahren verfangen kann. Zum Öffnen des Stiefels braucht man das Rad nur hochziehen und der Stiefel öffnet sich. Es gibt noch eine Zuglaufe auf der Rückseite, um den Stiefel leichter anziehen zu können. Die Stiefel selbst sind sehr komfortabel und biegsam. Wie jede Wanderschuhe sollte man sie aber ein wenig einlaufen, damit sie wirklich komfortabel sind. Trotzdem erhält man bereits sehr viel Flexibilität mit diesen Schuhen. Sie haben ein Gore-Tex-Innenfutter, welches euch wie immer garantiert trocken hält. Wenn man sich das Profil des Stiefels von außen ansieht, kann man auch erkennen, wie Klim die Nestfit-Technologie beim Design der Schuhe angewandt hat, damit sich diese genauer und komfortabler an eure Fußform anpassen. Das könnt ihr bereits vorne an den Einkerbungen am Schuh erkennen, sowie dem etwas asymmetrischem Design. Die Schuhe selbst sind mit Standardfeuchtigkeitsableitendem Material gefüttert und mit etwas 3D-Air-Mesh oben und entlang der Zunge für mehr Belüftung. Es ist wirklich ein Abenteuerstiefel der nächsten Generation, der sowohl komfortabel als auch haltbar ist. Wenn ihr die Klim Outlander Gore-Tex Stiefel kaufen wollt, kommt auf jeden Fall zu ChampionHelmits.com, wo wir eine Niedrigpreisgarantie geben. Wenn ihr sie irgendwo günstiger findet, lasst es uns wissen und wir werden den Preis senken und euch sogar einen besseren Deal vorschlagen. Die Klim Outlander Gore-Tex Motorradstiefel bieten eine Menge Premium-Features und Schutz. Und während sie nicht zu sehr für das Offroad-Fahren geeignet sind, sind sie bestens für leichtes Offroading und zum Wandern geeignet. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht uns zu abonnieren und lasst uns in den Kommentaren unten wissen, was ihr denkt. Ich bin Sebastian von ChampionHelmits. Danke fürs Zuschauen.